Diese Spiele ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahre geeignet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 schafft das wird der heli Wir verstecken uns vor dem Heli. Warum? Oder verstecken wir uns nicht? Gleich da. Wo auch immer das sein mag. Ja, Taste untersuchen. Ich habe gar nichts erkannt. Das war so dunkel. Draußen brennt alles. Ich geh zurück. Ich kann gar nicht zurücklaufen. Was soll das? Ich kann nur vorwärts. Nicht seitwärts, nicht rückwärts. Nur vorwärts. Machen wir eine Pause. Wir machen keine Pause. Wir spielen jetzt weiter. Oh. Hier drin muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Findet sie etwas, um Munden zu heilen? Okay, dann suchen wir mal. Was war das? Habt ihr was gehört? Hier ist alles eingefallen. Ja, es ist ein Jeep. Ich dachte, das ist ein Gebäude. Sind wir in einem Gebäude? Sieht aber nicht so aus. Na, hier stehen ja auch Müllcontainer rum. Ich stinke mich schnell. Ich stinke. Ich habe festgestellt. Moment. Sorry für die Einstellung. Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Entschuldigung. Genau, meine Maus. Ich muss das umgekehrt machen. Sonst wird das gar nichts bei mir. Dann wollte ich noch etwas heller stellen. Okay. So. Ah. Schrecklich gute Soldaten, so sterben zu sehen. Hm, was glitzt da? Ja. Hau mir mal die Scheibe ein. Taste R. Äh, gut. Ich muss auf meine Tastatur gucken, sonst... Leon, sind Sie da? Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht ihr nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. Ehe, Gegenstands-Slot öffnen. Wählen Sie die zu kombinierenden Kräuter. Ja, das kennen wir ja aus anderen Resident Evil Teilen. Achso, zack, zack. Was ist das? Achso, jetzt haben wir es hier hüben drinnen. Okay. Gesundheits-Tabletten-Tabletten-Gegenstand benutzen. Taste 1. Dann drücken wir mal. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazu gehören. Leon. Oh. Was ist das? Keine Munition. Nein. Geh weg. Geh weg. Wie Eke. Man muss ständig auf der Hut sein. Kümmern Sie sich um Helenas Verletzung. Ach ja, noch eins vorne weg, falls ich noch kein, noch nichts gemacht habe. Das Spiel ist ab 18 und das Zuschauen auch. Also, wenn ihr jünger seid, ist nicht zu empfehlen. Ihr könnt sonst nachts nicht schlafen. Ich vielleicht auch nicht. Ja, ich spiele es am Tag, wie man im Hintergrund vielleicht sieht. Es ist hell. Aber ich werde es auch mal nachts spielen. Wie geht es Ihnen? Ich werde es schon überleben. Danke. Leon, was machen Sie denn? Sie müssen da weg. Jetzt sofort. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind BSAA-Agenten mit Überlebenden. Ich lasse Sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Heiligen. So, die... Ich habe das Feldhandbuch auf Ihren PDA geschickt. Im Notfall finden Sie da drin alles. Weghilfe einblenden. Okay, das ist unser Navi. Und Helena ist wieder wohl auf. Sehr gut. Huch, okay, stelle an. Langsam öffnen. Weghilfe. Okay, links rum. Ist da jemand? Nein. Was zum Teufel? Was ist hier los? Wackelt alles. Foul. Das sieht ja gar nicht gut aus. Die ganze Stadt in Schutt und Asche und überall Mutanten. Nein, Mutanten und Tote. Auf ins Getümmel. Ah. Keine Munition mehr. Oh, ich hatte ja voll das Waffenarsenal hier. Helena? Wie bist du? Hilf mir. Was ist denn hier los? Sie kriechen aus ihren Löchern. Huh? Löcher? Ah. Halt up. Halt up. Ha. Das ist mein Kopf verloren. Aufsammeln, aufsammeln, alles aufsammeln. Okay, weiter geht's. Was machen die in dem... Letzt du den... Kuss in Ruhe. Ach du Scheiße. Da bricht die ganze Straße ein. Sprinten. Was? Sprinten? Na, hast du? Sprinte, sprinte. Ach du Scheiße. Hier geht ja alles in Bachen runter. Hierher! Einsteigen! Lauf, 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 lauf. Ich weiß gar nicht, ob ich drücken muss oder... Ei, ei, ei. Aaaaah. Verschwinde! Oh. Mann, oh Mann, oh Mann. Voll die Aktion hier. Gerettet? Was, natürlich nicht. Mist. Verdammt, ich krieg hier nicht hoch. Komm schon. Und jetzt. Ja, 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 ja. Ei, ei, ei. Was muss denn da los? Hoch! Das war ja knapp. Der Heli macht es nicht mehr lang. Und auch ein Stück. Oh, halt ihn fest. Das war doch nicht. Oh, was? Maustaste. Und Tschüss. Mist. Festhalten. Ach, du Elend. Spock, Gott sei Dank. Gut eingepaulked. Aua. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alles okay? Ja. Du bist okay. Das ist gut. Oh, Mann. Das war ja rasant. Drücke V. Okay. Irgendwas ist hier faul. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Was ist das? So, wir jetzt wollen wir hier runter springen. Hm. Noch nicht genug? Resident Evil 6 Inhalt wird gespeichert. Speichern, okay. So, da würde ich mal sagen, das war's erstmal für die erste Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten, dann entscheide ich mich, mit wem ich spiele. Na? Ich sag jetzt erstmal, ciao, ciao, bis demnächst! Wir sehen uns beim nächsten Mal.